Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier bei uns im kleinen Haus des Musiktheaters im Revier zum Abschlusskonzert des Meisterkurses von Johannes Martin Krenzle begrüßen. Das Opernstudio NRW, dessen junge Sänger Sie jetzt gleich sehen werden, führt regelmäßig Meisterkurse durch, in denen große Sänger, die große Karrieren haben, mit den jungen Sängern gemeinsam arbeiten und Ihnen nochmal das ein oder andere auch aus Ihrer Erfahrung mit auf den Weg geben. In diesem Fall sind wir ganz besonders stolz, mit Herrn Krenzle einen Sänger hier am Hause für die jungen Sänger des Opernstudio NRW zu haben, der wirklich eine Weltkarriere nicht nur hinter sich hat, sondern noch mittendrin steht. Er hat an allen, man muss es wirklich sagen, allen großen Opernhäusern, allen großen Festivals der Welt gesungen und dort unnachahmliche und ganz, ganz besondere Interpretationen seines Fachs hinterlassen, die bis heute legendär sind. Und wer das Glück, so wie ich, gehabt hat, ihn auf der Bühne zu sehen und zu erleben, ist begeistert von dem Allumfassenden, das er auf die Bühne bringt, als ein Sänger, der es schafft, zwischen seiner stupenden Technik, der Darstellung, der Durchdringung von Wort und Ton, tatsächlich diese Figuren so zum Leben zu erwecken, wie man es selten auf der Opernbühne erlebt. Und vieles davon und vieles von dieser Erfahrung, die er gesammelt hat in den vielen Jahren, die er jetzt auf der Bühne steht, hat er den jungen SängerInnen unseres Opernstudios weitergegeben. Sie werden jetzt gleich in dem Abschlusskonzert dieses Meisterkurses neun der zehn Mitglieder des Opernstudios erleben. Es sind sieben SängerInnen und zwei PianistInnen, die wir derzeit hier im Opernstudio NRW unter Vertrag haben. Und Sie werden ein Programm hören, das von der Barockmusik bis hin zum Liedgesang eigentlich alles bereithält, was die jungen SängerInnen in ihrem Repertoire zur Verfügung kamen, was sie aber auch speziell für diesen Meisterkurs und mit dem Meister Johannes Martin Grenze erarbeiten wollen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen. Und ich glaube, dass wir in diesen vier Tagen da viele Momente erlebt haben und die für euch hoffentlich auch wichtig waren. Und freue mich jetzt, dass sozusagen das, was geprobt wird, auch nochmal jetzt versucht wird hier im Rahmen dieses Konzerts. Also ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und gerne wieder. Und jetzt gehört die Bühne euch. Danke. Und jetzt gehört die Bühne euch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt gehört die Bühne euch. 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 Amen. Den Tag hindurch nur einmal mag ich sprechen, gewohnt zu schweigen immer und zu trauen. Wenn durch die Nacht geborenen Nebelmauern Auronens Popolstrahlen liebend brechen. Für Menschenohren sind es Harmonien, weil ich die Klage selbst melodisch künde. Und durch der Dichtung glut das raue Rinde. Vermuten Sie in mir ein selig Blühen. Vermuten Sie in mir ein selig Blühen. In mir, nachdem des Todes arme Langen, in dessen tiefste Märzen Schlangen blühen. Den Erd von meinen schmerzlichen Gefühlen, fast wütend, durch ein ungestillt Verlangen, mit dir des Morgens Göttin mich zu einen. Und weit von diesem nichtigen Getriebe, aus fernen, edler Freiheit, aus fernen, reiner Liebe, ein stiller, bleicher Stell herabzuschneiden. Ein stiller, bleicher Stell herabzuschneiden. Der Weg, nachdem du dich herumschiedst, aus dem, gibst du dich nüt es. Den Weg, nachdem du dich verlassen. Der Weg wäre wie viel zu wenigstens dein Leben. Und wir tenido uns die Abgehäune, Das ist ein blühen. Das ist eine Blühen, die in die ganzen.' Die Blühen, die in die Blühen. Deine Petrezie von Morgens Göttin Applaus 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 Amen. 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 Thank you. Amen. 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 Schönen Entzündet sind die Kerzen zum vereingetreuen Herzen, schon entzündet sind die Kerzen, der windtrosker Hoffnung nicht. Olle Freundin, sage nicht. Olle Freundin, Olle, sage nicht. Olle Freundin, sage nicht. Olle Freundin, Olle, sage nicht. Olle Freundin, Olle Freundin, sage nicht. Olle Freundin, sage nicht, Olle Freundin, sage nicht. Olle Freundin, sage nicht, sage nicht. Olle Freundin, 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 sage nicht. Oder hör nicht. Olle Freundin, sage nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 SIEM FIERA 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 Ich schaue dir, ich schaue dir, ich schaue dir. Ich schaue dir, ich schaue dir, ich schaue dir, ich schaue dir. Ich schaue dir, ich schaue dir. Ich schaue dir, ich schaue dir. Ich schaue dir.